Hallo, damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Special-Video hier für den Supermarkt-Simulator. Vielleicht hat sich der ein oder andere in der letzten Folge ja gefragt, hey, Randy, mit Mods spielen im Spiel im Supermarkt-Simulator? Geht das? Das geht. Und in diesem kleinen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr Mods für das Spiel einfügen könnt. Vielleicht seid ihr ja auch auf der Suche. Es gibt viele verschiedene Mods in dem Falle. Ich glaube, den interessantesten Mod, der für euch am bestimmtensten ist, ist der sogenannte Handscanner. Dieser Handscanner funktioniert nämlich wie folgt. Ich kann hier einfach ans Regal rangehen, kann eine Taste drücken und er ist hier dementsprechend im Warenkorb drin. Und wenn ihr das auch haben wollt, dann müsst ihr euch noch ein bisschen was downloaden und dann einfügen. Zu schwer ist das gar nicht. Dafür müssen wir aber einmal erstmal zurück auf meinen Desktop. So, willkommen zurück auf meinen Desktop bzw. im Browser. Ihr müsst auf die Seite Nexus-Mods gehen. Habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr nämlich direkt auf dieser Seite hier raus. Wichtig ist, ihr braucht einen Account auf der Seite. Es geht leider nicht anders. Einfach dort registrieren. Nach der Registrierung bzw. wenn ihr dann in eurem Dashboard seid, dann kommt dann auch gleich hier. Macht Nexus-Mods Premium für 50 Dollar im Jahr und bla und bla. Könnt ihr einfach wegklicken. Oben rechts ist da so ein kleines X. Also nicht oben auf dem Browser, sondern innerhalb dieses Fensters. Könnt ihr wegklicken. Ihr müsst nichts bezahlen. Wichtig hierfür ist, ihr braucht erstmal die Grundausstattung für den Supermarkt-Simulator. Und zwar ist das dieser Mod hier bzw. dieses Script-Tobis-Benex-X-Melo-Loader-Pack für Supermarkt-Simulator. Das ladet ihr euch einfach runter, also downloadet ihr euch einfach, indem ihr hier oben rechts auf Download manuell geht. Dann nehmt ihr hier den sogenannten Slow-Download. Wählt das Ganze aus. Ihr müsst auch nichts spenden. Ihr könnt spenden, wenn ihr das wollt. Es geht auch angeblich zu 100% an die Mörder. Und dann könnt ihr das Ganze hier dementsprechend uploaden bzw. downloaden. Das ist dann ein sogenanntes ZIP-File. So weit, so klar, so schick, so schön. Wenn ihr euch das Ganze dann runtergeladen habt, habt ihr dann hier euer Archiv. Und das müsst ihr dann dementsprechend einmal entpacken. Entweder mit 7-Zip, Winrar, whatever ist euch ganz, ganz obliegt. Packt das einfach nochmal in den Ordner rein, der genauso heißt, dass ihr das Ganze hier einzeln habt. Und dann seht ihr hier, habt ihr dementsprechend ein paar Ordner, die ihr verschieben müsst. Und zwar in euren Supermarkt-Simulator-Spiele-Verzeichnis. Wenn ihr jetzt auf die Schnelle nicht wisst, wo das ist, geht einfach bei Steam, hier im Supermarkt-Simulator, drückt hier rechtsklick drauf. Dann geht ihr auf Verwalten, dann hier lokale Dateien durchsuchen. Und wenn ihr das tut, dann habt ihr hier einmal das neue Fenster, was da dementsprechend aufgeht. Ich mache das Ganze jetzt mal hier. So, und dann seid ihr direkt bei euch im Steam-Dings drin. Ist meistens ein Programm x86 Steam, Steam Apps, Supermarkt-Simulator. Dort schiebt ihr jetzt einfach diese ganzen Dateien hier, bla bla bla, ne, schiebt ihr einfach hier rein. Bumm, einfach reinschieben, fertig aus, Mickey Mouse. Mehr müsst ihr erstmal nicht tun. Dann solltet ihr am besten noch einmal das Spiel starten, ne, einfach mal starten, einfach starten, starten lassen, machen lassen. Sollte eigentlich soweit dann auch nichts weiter passieren, dass ihr wieder hier seid. Dann drückt ihr einmal wieder auf Beenden und dann ist das Ding erstmal safe. Jetzt geht es ja aber darum, ihr wollt ja dementsprechend auch Mods haben. Jetzt habt ihr erstmal nur, ich nenne es mal das Basic-Konstrukt. Und wenn ihr euch dann weiter auf der Seite hier umschaut, seht ihr dann viele weitere Mods. Zum Beispiel das, was ich benutzt habe, No Max, Order Limit, Auto Price Updater, RTC, Stock Manager mit dazu. Ich habe dann hier zum Beispiel noch mit drin den Portable Scanner, ne, und so weiter und so fort. Könnt ihr also alles dementsprechend raussuchen, wie ihr das wollt. Wichtig dabei ist dann immer bei den jeweiligen Mods lesen. Ja, ihr wisst, ich bin Englisch jetzt auch nicht der King schlechthin. Aber hier steht eigentlich immer drin, wie der Mod funktioniert, was die Tastaturbelegungen im Endeffekt dafür sind, was ihr an Settings einstellen könnt, ne. Und vor allen Dingen, wie man es installiert. Wichtig ist, überall wird immer dastehen, ihr braucht diesen Melon Loader. Den braucht ihr nicht separat downloaden, denn ihr habt den schon durch den ersten Download, habt ihr diesen Melon Loader mit drin. Sonst würdet ihr das überschreiben und dann wäre Valakrise und habt da alles nicht gesehen. Dann steht eigentlich immer alles da, was ihr hier dementsprechend dafür tun müsst und oder auch nicht dafür tun müsst. Wir gehen jetzt einmal nochmal hier zurück, gehen mal in den Ordner rein, denn seht ihr nämlich hier, ich mache das Ganze mal groß, habe ich jetzt hier zum Beispiel die ganzen Mods mit drin. Und in der Regel, in der Regel, muss nicht immer so sein, beim Handscanner ist es zum Beispiel nicht so, entpackt ihr hier den ganzen Spaß einfach mit dazu. Dort drinne habt ihr dann wiederum eine Deltatei, also eine DLL, die packt ihr dann einfach hier im, hoppala, danke, dürfte ich mal, vielen Dank, in den Supermarkt Simulator Ordner hier. Dann seid ihr bei ML Loader, also Melon Loader mit drinne. Dann habt ihr hier Mods und da packt ihr das Ganze an sich mit rein. Manchmal ist auch noch eine User-Data mit dabei, das ist ja zum Beispiel bei der Night-Geschichte, also bei den automatischen Licht- bzw. bei den automatischen Preis-Updater ist eine Config-Datei mit dabei. Dort könnt ihr noch weitere Einstellungen vornehmen, ähnlich wie beim LS in so einer XML-Datei. Also es ist gar nicht so kompliziert. Wichtig ist bei den Handscanner, weil ich da der Meinung bin, das werden die meisten von euch nutzen wollen, da läuft das Ganze ein bisschen anders ab, steht aber auch in der Installationsbeschreibung mit drin. Denn hier habt ihr auch so eine DLL, diese gehört allerdings nicht in diesen Melon Loader Ordner, sondern die muss hier in diesen Beep in X mit rein. Und dann auch dementsprechend nicht unter Mods oder sonst was, weil ihr seht, das ist ja hier nicht mehr dabei, sondern hier unter Plugins und da gehört dann dieser Portal-Pill-Scanner mit rein. Aber wie gesagt, es ist alles auch nochmal hier mit beschrieben, wo das Ganze mit hin muss. Also installieren wir das Hauptding, haben wir gemacht, wir downloaden uns den Scanner und wir packen die Files in dieses Beep in X Slash Plugin mit rein und tun dort die Single-Dell-File dort mit rein. Also ein bisschen lesen in dem Fall ist immer von Vorteil, um es zu verstehen, Englisch hin, Englisch her ist relativ easy. Ja, und ansonsten ist es das schon gewesen, mehr oder weniger. Bei den Scanner gibt es dann dementsprechend noch andere Vorhergaben, dass ihr zum Beispiel hier, wenn der Mods richtig funktionieren soll, dass ihr zuerst am Rechner geht, euer Kaufmenüter aufmacht, mal kurz in den Warnkorb geht, dass das Ganze geladen ist. Sonst funktioniert das Ganze nicht, sonst kommt ein Error-Sound und kein Richter-Sound in dem Fall mit dazu. Dann könnt ihr hier noch in der Konfiguration, also welcher Trigger das per se ist, bei mir ist es eine mittlere Maustaste, by the way. Also von daher, ein bisschen lesen und verstehen, zur Not übersetzen, Deep L, whatever. Und dann läuft das Ganze. Beachten solltet ihr immer, dass manche Mods inkompatibel sind zu anderen Mods. Zum Beispiel dieser No Maximum Limit Order, der ist wiederum nicht kompatibel mit den Delivery Organizer. Das steht dann aber dementsprechend auch hier da, inkompatibel mit den Dings. Müsst ihr euch dann entscheiden, ob ihr das eher so haben wollt oder dementsprechend in einer einfachen Variante. Checkt das einfach mal hier durch. Aktuell gibt es so circa zwei Seiten, was ihr da nutzen wollt. Was ich auch immer noch ganz gut empfehlen kann, ist zum Beispiel hier Card Only oder Cash Only. Je nachdem, ob ihr nur Kartenzahlung haben wollt oder whatever. Ihr könnt die Lautstärke von den Autos leiser machen. Das ist auch in dem Fall alles kein Problem. Was noch ganz nice to have ist in dem Fall, ist zum Beispiel so Auto-Backup-Geschichten. Die habe ich auch noch mit dabei. Hier Supermarkt Run in Background gibt es dann auch noch, dass das Ganze läuft. Aber ich habe hier noch RDC Auto-Backups, dass einfach das Spiel jedes Mal nochmal ein extra Save-Game gesichert wird, dass nicht irgendwas mit Mods oder so, wenn mal was kaputt geht, dass nicht alles weg ist. Wisst ihr Bescheid, ne? So, das ist es eigentlich schon gewesen. Dann einfach wieder das Spiel starten und dementsprechend Spaß haben, beziehungsweise so konfigurieren. Noch vorher, wie ihr es wollt, dann starten und dann Spaß haben. Mehr ist es nicht. Ich bin gespannt. Ist schon eine recht große Modding-Community, muss man ja sagen. Dafür, dass das eigentlich nur so ein kleines Randspiel ist, ne? Bin gespannt, was da noch alles so kommt. Und ihr habt es ja auch in der letzten Folge gegebenenfalls gesehen. Es ist eine übelste Erleichterung im Vergleich zum Standardspiel. Ne? Und ist auch alles legal. Und hier, bla, Islam. Müsst ihr euch gerne Sorgen machen. Ist ja auch kein Multiplayer, ne? Das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, auf der Renne. Tschüssigowski. Tschü-tü-lü-hü.